Hallo Tabea, hallo Noah, Mariam, Corin und alle, die Arabisch lernen wollen. Wir sind jetzt hier in Kurs 1, Teil 14 und wir haben noch 7 Buchstaben, bis wir das Arabische Alphabet durch haben. Und für jetzt habe ich für euch die Buchstaben CAV und LAM ausgewählt in der Reihenfolge. Und das sind zwei einfache Buchstaben in der Aussprache sowohl wie in der Schrift. Fangen wir mal an mit dem CAV. Wir hatten schon CAV davor kennengelernt. CAV, CAV, auch so geschrieben. Und das ist das 1 zu 1 K. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir das einmal geschrieben hatten. Aber lasst uns mal sehen, wie wir das am Anfang eines Wortes schreiben. Und zwar am Anfang eines Wortes sieht das so aus. Cal-Bun. 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 Nochmal. Cal- Hier K. Das LAM. Und bei Cal-Bun. Ja, einige würden das jetzt so schreiben. Ist auch nicht falsch. Cal-Bun. Cal-Bun heißt Hund. Al, in der Mitte jetzt. Al-Cal-Bun. Sieht ihr wie am Anfang wir in der Mitte. Al-Cal-Bun. Fi. Das hatten wir in der letzten Lektion. Fi. Al-Baytu. Im Haus. Das hier unten sollen zwei Punkte sein. Ja. Fi. Al-Baytu. Al-Cal-Bun. Ja. Am Ende eines Wortes sieht es dann nur noch so aus. Als Beispiel. Äh. Fulk. 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 Heißt Schiffe. Fulk. Ja. Und Felak. Felak. Heißt Astronomie. Fulk. Fulk. Und Felak. Fulk. Fulk heißt eigentlich. Ja. Hm. Okay. Lass uns mal. Fulk. Ähm. Fulk. Ähm. Ähm. Also. Serfina heißt Schiff. Merkib heißt Schiff. Fulk heißt alles was so navigiert über das Wasser. Ja. Ja. Und das kommt von Felak. Weil Felak heißt Navigieren. Ja. Also Fulk ist alles was navigiert über das Wasser. Und Felak ist Navigieren anhand der Sterne und so weiter. Dementsprechend äh 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 äh. 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 Kev am Anfang eines Wortes. Das ist äh. Entschuldigung. Das war jetzt Kev äh äh L. Also Kev am Anfang eines Wortes. Kev in der Mitte eines Wortes. Und Kev am Ende eines Wortes. Und wenn es nach einem Elef kommt hier. Und wenn es nach einem Elef kommt. Dann steht es natürlich frei. Ne. Soviel zu dem Kev. Okay. Ähm. Lasst uns mal weitermachen. Und das Lähm kennenlernen. Das hatten wir ganz oft auch so zwischendurch kennengelernt. Das El. Lähm. Das hatten wir bei Elef Lähm gekriegt. Elef Lähm. Das El. El Beytu. Zum Beispiel haben wir kennengelernt. El Beytu. El Bintu. El 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 El. Ne. Elb Lähm. El El Am Anfang eines Wortes wird so geschrieben. Zum Beispiel in einer. Zum Beispiel Leiza. Und es ist nicht Leiza. Das müsst ihr lesen können. Das ihr Ja erkannte das Team. Kennt ihr das Lähm. LeSa. Und in der Mitte eines Wortes. Kelb. Da hatten wir es gerade gehabt. In der Mitte eines Wortes ist El El Am Der Lähm. Am Ende eines Wortes wird es ausgeschrieben, in der Mitte so ein Strich, ähnlich dem Elef nur, dass es links nicht gebunden wird. Und hier auch am Anfang ähnelt dem Elef, aber das Elef ist links nicht gebunden. Hier ist es gebunden, hier ist es gebunden. Ja, also das Elef und das Lam. Im Schreiben müsste man kurz denken, was mag es sein, weil beide in der Schrift können auch nur ein Strich sein. Der Unterschied zwischen dem Elef und dem Lam ist, dass das Elef zwar von rechts eine Verbindung haben kann, aber von links keine. Dagegen kann das Lam von links sowohl wie von rechts Verbindungen haben. Ja, soviel zu dem Lam und dem Kev. Ja, noch einmal Kev am Anfang. Kev in der Mitte. Kev am Ende. Allerdings, wenn es alleine steht, wie zum Beispiel nach einem Elef oder einem Wow, dann ist es so. Auch noch einmal das Lam, Lam am Anfang eines Wortes, Lam in der Mitte eines Wortes und Lam am Ende eines Wortes. Es sei denn, es kommt nach einem Elef oder einem anderen Buchstaben, der auf der linken Seite links toleriert. Und dann steht es vollständig. Das war's, meine Herrschaften. So zwei einfache Buchstaben. Und es geht dann gleich weiter mit neun Buchstaben.